Wir schauen uns heute drei Altcoins an, die in keinem Altcoin-Portfolio fehlen sollten. Sogenannte No-Brainer für dein Altcoin-Portfolio, die auch in den nächsten Jahren mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit solide Renditen bringen werden. Und gerade der dritte Kandidat, der ist aus meiner Sicht aktuell noch ziemlich, ziemlich unterbewertet. Starten wir gleich mit dem ersten Coin, der ist für viele da draußen sicher keine Überraschung, aber immer noch ein absoluter No-Brainer und zwar Ethereum. Ethereum ist so etwas wie der Gigant unter all den Altcoins. Es ist also nicht nur die zweitgrößte Kryptowährung nach Bitcoin, nach Marktkapitalisierung, sondern auch die Plattform, auf der die meisten dezentralen Anwendungen laufen. Wenn du in Krypto investierst, kommst du eigentlich an Ethereum einfach nicht vorbei. Aber warum ist Ethereum eigentlich ein No-Brainer für dein Portfolio? Also ganz einfach, Ethereum ist das Herzstück von DeFi, also dezentrale Finanzen und NFTs, Non-Fungible Tokens. Sonst kann man sie lieben oder hassen. Fast alles, was in diesem Bereich Rang und Namen hat, basiert eben entsprechend auf Ethereum. Das Netzwerk ist also nicht nur eine Kryptowährung, sondern eine komplette Plattform, die die Art und Weise, wie wir das Geld und Eigentum selbst denken und fühlen, revolutioniert. Klar, Ethereum hat natürlich seine großen Herausforderungen, wie zum Beispiel die hohen Transaktionsgebühren oder eben auch regulatorische Unsicherheiten, Security, keine Security. Ethereum zu halten ist aber nicht nur eine Investition in eine Kryptowährung, sondern in die Zukunft der generellen Blockchain-Technologie selbst. Wer also auf Ethereum setzt, stößt unweigerlich auf ein ganz, ganz großes Thema und das ist natürlich das bekannte Skalierungsproblem. Hohe Gebühren und langsame Transaktionen können echt richtig nervig sein, besonders wenn das Netzwerk ausgelastet ist. Hier kommt aber auch zum Beispiel Polygon ins Spiel, ein Projekt, das genau diese Probleme angeht. Polygon, also früher bekannt als Matic Network, ist sozusagen ein, naja, wie soll man es anders sagen, vielleicht ein Booster für Ethereum. Es ermöglicht also blitzschnelle Transaktionen mit minimalsten Gebühren und das alles ohne die Sicherheit auch in keinster oder einfachster Weise zu beeinträchtigen. Stellt ihr Polygon als eine Art Expresszug vor, der neben der Ethereum, neben den Ethereum-Schienen, Gleisen läuft und einfach sehr viel schneller unterwegs ist. Das Tolle an Polygon ist, dass es Entwicklern ermöglicht, skalierbare, dezentrale Anwendungen zu bauen, die immer noch sicher auf Ethereum basieren. Es ist also nicht nur eine Lösung für die Probleme von heute, sondern auch eine Plattform, die für die Zukunft der generellen Blockchain-Technologie extrem gut gerüstet ist. Mit seiner wachsenden Beliebtheit und der zunehmenden Adoption ist Polygon ein Muss für jedes Altcoin-Portfolio. Es ergänzt also Ethereum perfekt und bietet gleichzeitig eine eigene Welt voller Möglichkeiten. Und jetzt kommen wir zu einem echten Schwergewicht im Krypto-Ökosystem, das eine sehr, sehr entscheidende Rolle spielt. Die Rede ist von keinem anderen als Chainlink. Chainlink ist also das Rückgrat vieler dezentraler Anwendungen, weil es eine Brücke zwischen der Blockchain und der realen Welt schlägt. Das ermöglicht nämlich Smart Contracts, also intelligenten Verträgen, sicher auf Daten und Dienste zuzugreifen, die außerhalb ihrer eigenen Blockchain liegen. Wenn du das jetzt nicht verstanden hast, ich erkläre es dir ganz kurz. Stell dir vor, du hast eine Wette auf das Ergebnis eines Fußballspiels basierend auf einem Smart Contract gemacht. Auf einer Plattform, wo du genauso auf dezentrale Wetten setzen kannst. Aber wie bekommt jetzt dieser Smart Contract, der ja nichts weiter ist als Code, die Information, wer gewonnen hat? Und hier kommt zum Beispiel Chainlink ins Spiel. Es holt also verlässliche Informationen aus der realen Welt und füttert sie direkt in die Blockchain. Das ist eigentlich revolutionär, weil es die Anwendungsmöglichkeiten von Smart Contracts massiv erweitert. Chainlink ist also nicht nur irgendein Altcoin, sondern ein fundamentaler Baustein, der das gesamte Krypto-Ökosystem voranbringt. Ohne Chainlink selbst wären viele innovative Projekte schlichtweg nicht möglich. Seine Technologie, also das der sogenannten Oracles, sind eben entsprechend unverzichtbar für die Sicherheit und Funktionalität von dezentralen Finanzanwendungen, Versicherungen und auch Games und Spielen. Das heißt, da geht es um alle möglichen Daten, die du rausziehen kannst. Seien es Wetterdaten, Ergebnisse und so weiter und so fort. Wenn du Polygon jetzt in deinem Depot hast oder darüber nachdenkst, dir Polygon ins Depot zu holen, dann kann ich dir an dieser Stelle einfach mein Video verlinken, das du hier oben dann auch nochmal findest. Hier oder hier oder da oder da, ich habe keine Ahnung. Jedenfalls verlinke ich dir das an dieser Stelle, schaust dir gerne nochmal an, da spreche ich ganz genau über Polygon, Selbstvorzüge und Nachteile. Nachdem wir uns nun diese drei spannenden Altcoins genauer angeschaut haben, ist es nun an der Zeit, ein Fazit zu ziehen. Diese drei Altcoins, Ethereum, Polygon und Chainlink ergänzen sich perfekt und bieten eigentlich eine solide Grundlage für ein diversifiziertes Altcoin-Portfolio. Ethereum steht also als führendes Smart Contract Plattform an der Spitze, während Polygon die Skalierbarkeitsprobleme von Ethereum angeht und richtig gute Partnerschaften hat und so die Massentauglichkeit seiner Anwendungen auch verbessert. Chainlink selbst schließlich erweitert die Möglichkeit von Smart Contracts, indem es sie mit zuverlässigen realen Daten füttert und versorgt. Zusammen bilden sie eigentlich ein relativ starkes Trio, das nicht nur für die aktuelle Landschaft der Blockchain-Technologie von zentraler Bedeutung ist, sondern auch das Potenzial hat, die Entwicklung zukünftiger Anwendungen maßgeblich zu beeinflussen. Wenn du keines meiner Videos verpassen möchtest, dann abonniere den Kanal einfach unten, lass mir noch ein Like da und dann sehen wir uns im nächsten Video.